Herzlich willkommen zu einem neuen Challenge-Tag von mir. Heute habe ich mich für den Tag ohne L entschieden. Es ist ein wenig lustig, wenn man versucht, Wörter und Sätze ohne L auszusprechen, aber mir kam dann eine Idee und zwar habe ich jetzt einen Mann gezeichnet, der ein L in seinem Arm davon trägt. Und zwar trägt er das L von dem Wort Leid weg. Gerade in der Weihnachtszeit sollte man auch an die Menschen denken, die es nicht so gut haben und auch leiden. Und wenn man das L wegträgt von dem Leid, entsteht das Wort Eid. Und es wäre schön, wenn sich die Menschen ein Eid schwören, beziehungsweise sich vielleicht mal versprechen, vielleicht einige Taten umsetzen, um das Leid in der Welt kleiner zu machen. Das war es für heute und bis zum nächsten Mal.